Goldene Henne, das Medienereignis. Über 200 Journalisten haben sich akkreditiert. Mehr als 60 Fotografen, 20 TV-Teams und mehrere Übungen sind unterwegs, um Ihnen die schönen Bilder nach Hause zu bringen. Und wir haben Ihnen dabei über die Schulter geschaut. Für wen arbeiten Sie heute Abend? Ich arbeite für Super-Regelung. Für Agentur Rollbild. Danke. Und Sie? Fabi-Rad-Picture, München. Radio Bremen Fernsehen. Radio Bremen. You feel like steam the cream when you're driving in your car. And you think you look like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre. You think you are when you kind of James Dean. But the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. You think you are a movie star. 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 You think you don't know what you want. Danke, d picked up! Danke, d buyers! Andrea, du wirst hier, du wirst mal gar nicht mehr! Danke, dfirst und zweifel! Danke, d